E wie Erörterungstermin Ein Erörterungstermin ist der finale Beteiligungsschritt in der Bundesfachplanung und der Planfeststellung. Ziel des Erörterungstermins ist, die zuvor schriftlich eingebrachten Einwände zu konkreten Leitungen zu besprechen und die abschließende Entscheidung der Bundesnetzagentur vorzubereiten. Teilnehmer sind Behörden, Gemeinden, Vereinigungen und interessierte Bürgerinnen und Bürger, die sich fristgerecht geäußert haben. Ein Erörterungstermin findet im Rahmen der Bundesfachplanung und der Planfeststellung immer nach der Antragskonferenz statt. In der Antragskonferenz wird festgelegt, welche Unterlagen der zuständige Netzbetreiber noch ergänzen muss. Nachdem die Bundesnetzagentur diese Unterlagen erhalten und veröffentlicht hat, können sich alle Interessierten innerhalb einer Frist zum Antrag äußern. Beim Erörterungstermin in der Bundesfachplanung können alle teilnehmen, die ihren Einwand fristgerecht eingereicht haben. In der Planfeststellung können Privatpersonen nur dann teilnehmen, wenn sie von dem jeweiligen Leitungsbau auch betroffen sind. Um sich rechtzeitig einzubringen, achten Sie auf Ankündigungen der Bundesnetzagentur zur Auslegung der Unterlagen und informieren Sie sich auf netzausbau.de